servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal es gibt mal wieder ein ls22 tutorial und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit den kartoffeln ich erkläre dir wie du die einseh und wie du sie erntest also im prinzip der komplette prozess ich habe jetzt hier schon mal die ganze geräte und zwar du brauchst für den anfang erstmal ein traktor und die sähmaschine wo du natürlich die kartoffeln drin hast ganz klar das wäre dann diese hier du musst immer aufpassen und schauen welche du kaufst dass sie nämlich auch kartoffeln einseher kann sonst hast du nämlich noch eine andere sähmaschine wurde es gar nicht dafür fähig ist also da immer am besten aufpassen und immer gucken was für symbole da sind und für was sie geeignet ist dann hier rechts der da tust du vorne an der traktor dran dass du mit dem eine anhänger deine kartoffeln ernten kannst weil ich zeig dir jetzt noch einmal darüber habe ich ein selbstfahrendes erntegerät aber der geht halt sehr sehr gut ins geld deswegen ist das halt für den anfang wenn du sagst du willst schon früh kartoffeln machen ist das dann die beste möglichkeit dass du den hier vorne dran machst und dann das erntegerät hinter dran machst das wäre jetzt dass das hier und das daneben stimmt noch das selbstfahrende das ding ist einfach je nachdem also ich war noch nie ein großer fan dass man das am anfang macht aber wenn du sagst du willst es einfach mal ausprobieren dann kannst du dir einfach den anhänger hier kaufen zum ernten und ich sage jetzt mal die den fräser vorne genau solltest du das aber im spätere zeitpunkt machen kannst du sagen okay ich nehme gleich den selbstfahrenden hast du dir die zwei andere geräte gespart und brauchst du bloß die sähmaschine und den ernten ich zeig dir jetzt aber in diesem video beide variante einfach dass du das mal gesehen hast und dann kannst du selber entscheiden was ist für dich praktischer möchtest du schon früher kartoffeln ernten oder reicht es auch nur zu einem späteren zeitpunkt und was wir dann noch braucht ist natürlich ein schlepper mit dem anhänger den habe ich hier daneben stehen weil wenn die erntemaschine voll ist die kartoffeln müssen ja auch irgendwo rein und dann kannst du den schönen anhänger rein machen und dann habe ich unter extra platz gebaut wo du die kartoffeln dann abladen kannst zwar ist das nämlich hier jetzt links unter da habe ich eine halle gebaut und da musst du dann immer aufpassen wenn du so eine halle baust es muss für schüttgüter sein das steht aber auch daran schüttgut halle oder so also das beachte aber das ist eigentlich kein problem es gibt nämlich glaubt soweit ich jetzt genau weiß bin mir aber unsicher aber es gibt bloß eine würde ich sagen so dass wir waren jetzt mal so die grundlegenden sache jetzt würde ich sagen fangen wir mal an mit dem einsäher das heißt wir brauchen den traktor und die sähmaschine du siehst die ist komplett voll geladen und du hast es kartoffelsymbol drauf und jetzt brauchst du im prinzip damit bloß noch zu deinem feld fahren und dann ein seht es geht eigentlich ganz normal du kannst nach dem einsäher dünger mache ich jetzt in dem video nicht aber das wäre natürlich hilfreich weil es ist wie bei einer anderen pflanze es gibt dir halt mehr ertrag genau musst du halt immer gucken welches feld nimmst du so wie bei jeder pflanze auch ich habe jetzt hier rechts das feld hier mal bereit gemacht so dann ist es eigentlich im prinzip ganz normal ausklappen zuerst wie bei jeder sähmaschine oder jeder andere maschine auch muss jetzt aber den korrigieren wenn sie breiter wird so zack fährt jetzt mal ran aha kann nicht im november gepflanzt werden das habe ich jetzt nämlich nicht beachtet wann wir kartoffeln sehr können da gehen wir jetzt hier einmal ins menü rein so kartoffeln im märz oder im april die sind august pass auf märz oder april genau die sind dann so im august september dann erntereif das heißt wir machen jetzt ein kleiner sprung bis in den märz so jetzt haben wir märz jetzt kann ich nämlich sogar die kartoffeln ausseher also musst du immer aufpassen in welchem monat du das einsäher möchtest habe ich leider jetzt nicht bedacht so dass es eingeseht ist das ist einfach daran du siehst jetzt der unterschied zwischen rechts da ist eine ganz normale gerade fläche und jetzt hinter der sähmaschine sie steht so gewölbe und da sitzen jetzt dann die kartoffeln drin das heißt sobald es so aussieht kannst du sicher sein dass du richtig einsähe ist perfekt wir sind fertig es regnet ist jetzt nicht weiter tragisch so jetzt bringen wir das ganze wieder zum hof zurück und zwar gehen wir jetzt wieder in die transportstellung das heißt das ganze gerät wird eingeklappt weil wenn es ausgeklappt bleiben würde hätten wir ja auf der straße probleme wenn ein auto gegen uns kommt so haben wir das ganze jetzt eingeklappt und haben keine probleme so jetzt bringen wir den wieder zurück zu unserem hof weil wir haben das einzige jetzt erledigt wie ich gerade vorher schon gesagt habe im prinzip könntest du jetzt noch dünger also jetzt eine stufe drauf machen dann eine wachstum stufe abwarten und dann noch mal dünger aber habe ich zum dünger auch ein extra video gemacht aber dadurch dass es jetzt eigentlich nur zur erklärung ist das video ja jetzt der ganz große betrag habe sondern mir geht es einfach darum dass ich es dir erklären kann und schritt für schritt zeigen kann und jetzt müssen wir abwarten bis es reif ist so werden jetzt die drei wachstumsstufe und die vierte ist dann so dass es dann reif ist so jetzt habe ich vorne das eine gerät und hinter den anhänger weil es zeigt ihr als erstes wie du ohne ein selbstfahrendes gerät das komplette ernten muss weil das ist ja das was ich am anfang gesagt habe das ist jetzt die etwas billigere variante weil kartoffeln selber zu machen also einzusehen und zu ernten so das ist preisintensiv aber da brauchst du schon ein bisschen geld aber wie gesagt das kann jeder für sich entscheiden wenn du sagst du hast es zu zu langweilig die ganz normale sort und du willst kartoffeln dann kannst du es natürlich auch machen so du glaubst es aus die den anhänger vorne das machst du auch unter und an und hinter auch an und dann fährst du im prinzip einfach nur ganz mal deine runde es wird aufgesammelt du siehst hinten kommt der dreck raus und auf dem förderband sie schnitzte kartoffeln also im prinzip kein großes hexenwerk perfekt und jetzt kommen wir zum selbstfahrenden weil der andere habe ich jetzt einfach zur seite gestellt und dann habe ich so hoch gemacht bis aber im prinzip eine sache die selbst erklärt das siehst du auch links dann auch in deiner hilfsanzeige die habe ich jetzt bloß ausgeschalten und deswegen sage ich dir jetzt auch noch das gleiche mit der selbstfahrenden maschine ist natürlich wenn praktischer du brauchst kein extra gerät vorne da brauchst den anhänger nicht du brauchst kein schlepper von dir nehmen wo du brauchst sondern es ist ein direktes eigenes gerät aber wie gesagt das ist halt sehr sehr teuer aber im prinzip geht das jetzt komplett gleich müssen wir noch ausfahren anschalten unterlassen und dann einfach drüber fahren und er erntet das ja dann schon also du siehst auch der ist jetzt nicht so alt so schnell also wenn du jetzt ein feld nimmst ganz ende der karte ist das halt immer fragwürdig aber kann jeder machen wie er möchte jetzt habe ich und angefangen mit dem mit dem anhänger jetzt würde ich hier mit der selbstfahrenden maschine hier oben kurz anfangen dass du beide siehst so wie gesagt ich tue jetzt hier mal ausklappen mit auf der straße aber sicher gerade kein auto da weil es gelb ist ja das förderband wo es noch rauskommt der wird jetzt komplett ausgeklappt und jetzt ist fertig jetzt kommt auch ein auto als es war da wartet auch schon auto war sehr gutes timing so jetzt musst du vorne runter lassen dann kannst anschalten und mehr brauchst du jetzt erstmal nicht machen sondern jetzt einfach nur drauf losfahren und du siehst dann er nimmt es weg und jetzt siehst du wie hinter die kartoffeln rein laufen und auf dem boden die weg sind hoffe da schön hinter rein zwischendrin geht der wird der dreck nur weg gesiebt also auch gar nicht so schwierig perfekt würde ich sagen das reicht jetzt erstmal weil wie gesagt das kann ich ja nachher noch aber aber es ist auch langweilig wenn du jetzt dazu gucken muss zehn stunden lang wie ich das abernte es bringt ja dann auch nichts so dann würde ich den auch hierhin stellen weil jetzt als nächstes brauchen wir unseren anhänger sollten dann starten wir hier den schlepper und fahren mit dem auch ans feld weil da kommen jetzt nämlich im prinzip die kartoffeln rein und dann kommen wir hier zum hof und mache jetzt hinter in die schüttguthalle rein wo wir sind aufbewahren können du kannst es im prinzip auch gleich abgeben klar wenn du gerade ein guter preis hast oder du sagst du brauchst jetzt dringend mehr geld aber ich tue das immer gern lagern und warte auf einen sehr guten preis wo sich dann halt noch viel viel mehr lohnt aber das ist halt auch wieder so eine spielvariante die jeder anders macht also von dem her kann jeder das entscheiden so du fährst einfach und das förderband drunter jetzt kommt dann nichts ich muss wahrscheinlich erst die erntemaschine an machen auf die andere seite einsteiger dann muss ich da eigentlich nur der motor an machen und es läuft schon automatisch rein und so geht es eigentlich da vorne bei der anderen maschine auch also im prinzip muss hat müssen halt beide geräte laufen oder was heißt beide geräte also trakte muss jetzt sind unbedingt laufen das ist ja egal ob der läuft oder nicht aber wenn du die erntemaschine leer machen möchtest dann muss sie den motor an haben so sein wird das auf jeden fall schon mal drin hier geht es im prinzip gleich muss das weiter hochfahren muss deswegen würde ich sagen fahren wir jetzt dann mit einer 15 prozent mal zum hof dann kann ich dir nämlich nur kurz zeigen wie ich das dann abkippt und wo ich das abkippt einfach dass du das auch gesehen hast aber wie gesagt es ist ganz 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 einfach es ist normalerweise auch selbst erklärend aber wenn du halt vor dem thema steht okay jetzt kartoffeln machen was brauche ich alles wie muss ich vorgehen ich finde das erschlägt dann immer ein total total aber deswegen machen wir das jetzt hier schön schritt für schritt so dann fahr ich über den meinhof rein dann ziehst du linke seite hinter schon meine halle du kannst jetzt ins linke rein leeren oder ins rechte das ist egal du musst halt noch das nur wissen nicht dass du was anderes auch zu der kartoffel dazu schmeißt das wäre jetzt dann nicht so ganz gut so ich entscheide mich für das rechte so dann fahr ich hier rückwärts hin und jetzt im prinzip einfach bloß noch abkippen und dann siehst du wieder sind auf der borde fliegt perfekt zack ich war jetzt nicht viel deswegen sind wir jetzt schon fertig aber da kannst du alles rein leeren was jetzt mit kartoffeln zu tun hat einfach lagern für einen guten preis je nachdem und zwar geschätzt hier unter bauer und dann hast du hier die kategorie gebäude und hallen jetzt hast du hier schüttgut halle die brauchst du halt weil du in eine andere halle das nicht rein machen kannst weil die schüttgut halle ist direkt für schüttgut also kartoffeln und so weiter genau das war eigentlich das ganze thema kartoffeln hier hast du sie dann auf dem haufen wie gesagt du kannst jetzt die ganze halle voll machen und dann wenn du einen guten preis hast dann kommst du her mit mit hier mit dem anhänger und dann entweder mit dem teleskoplad oder mit dem stapel oder so oder mit dem frontlader wo du es dann einfach aufladen kannst mit einer schaufel auf der hänger und dann kannst du es mit dem hänger wegfahren da bekommst du schön geld genau ich hoffe ich konnte dir das ein bisschen erklären solltest du noch fragen haben gerne in die kommentare schreiben und dann hoffe ich dir hat das video gefallen liken kommentieren nicht vergessen und die glocke aktivieren dass du kein video mehr verpasst und in diesem sinne bis zum nächsten mal und dann auch und orphs eure und Bis zum nächsten Mal.